Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu die Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Ich habe jetzt gespeichert und wir versuchen das jetzt gleich nochmal. Wir müssen noch schneller, noch besser agieren. Auf jeden Fall müssen wir die zwei Punkte so schnell wie möglich einnehmen. Oder wenigstens halt einen. Um so schnell wie möglich alle Arten von Wegen auszuschalten. Das bedeutet, die kommen dann von da hinten. Das bedeutet, hier muss ich gleich mal agieren. Hier, hier und hier. Ne, am besten gleich da vorne einmal. Dass wir dann da hinkommen, wo sie am spätesten erst reingekommen sind. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert, weil sonst kriege ich bald einen Anfall. Dann melde ich mich jetzt wieder, wenn wir das hier durch haben. Das könnte erst in 10 Jahren sein, wenn es so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle. Ich spiele gegen brutale Gegner und kriege das nicht hin. Das mag was heißen. Ich hasse es. So, dies Chance müssen wir jetzt nutzen, wo sie von vorne einfach nur angreifen. Ja, ich weiß, sie kommen. Die Tür fällt nieder. Die laufen rein. Nein, nicht vor den Lives laufen. Tut gegen sie kämpfen, während ich mich hier vorbereiten kann. So. Hier vorne am Tor. Schild. Feuer auf ihn. Mach so schnell wie es geht. Bitte, 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 bitte. Archers. Du nimmst das jetzt ein. Du nimmst eh schon fast schon alles ein. Du scheinst fertig zu gehen, oder du gehst zum Tänzeln Pony. Das ist auch schon eingenommen. Geht zurück zum Tänzeln Pony, so schnell wie es geht. Ihr alle. Zurück zum Tänzeln Pony. Wir haben noch 15 Sekunden. Das ist gar nicht gut. Alles zurück zum Tänzeln Pony. Alles zurück zum Tänzeln Pony. Ich mag nicht nochmal sterben. Ich mag nicht nochmal sterben. Leute, so schnell wie es geht, kommt schon. Alle wieder heilen. In der Mitte zusammenstellen. Du weißt, ich hätte euch gerne hier hinten. Keiner angreift. Und euch machen wir unsichtbar. Aber egal, um welche Kosten es geht. Ne, sichtbar. Jetzt kommen die auch von hinten, was? So. Einmal alle buffen. Jedes Mal wieder. Das ist so ein Aziat. Dann zieht doch mal zurück, zieht doch mal zurück. Bessere Idee, bessere Idee. Holt alle wieder auf einen Punkt. Wo ist Aziat? Wo ist Aziat? Wo ist Aziat? Wo ist Aziat? Hat er denn jetzt... Macht den Ring geil! sind so wieviel kommen denn da jetzt noch die vize principal für the black right as a soul das ist das dritte assault jetzt dann schon das tun die schon die ganze zeit fällt euch das nicht auf die machte fertig jungs machte die bogenschützen da kommt noch ein angriff machte fertig kreiste ein tötet sie alle da kommen immer noch mehr wie lange denn noch alle mal hoch rein komm das ist jetzt hat es besser funktioniert also wirklich so du musst es gibt der schmarrn schon wieder müssen sie allein hat zurück zum tanzenden dänzen dann zum dreckigen pony die zwei arters hier ausbilden immer mehrere speermänner die wieder raus müssen die kriegt wieder zauber drauf bitte funktioniere endlich alter der der assault dauert er allein neun minuten so wie kriegen es nur noch die bogenschützen okay wir sind wieder voll also schon wieder ne an ihm schafft alter ist es nur unangenehme Es ist erst die zweite. Das ist erst die zweite Mission gewesen, Jungs, ne? Die zweite. What the fuck? Sind die crazy? Sind die komplett Gagga im Schädel? Das war Nummer 2. Die zweite sollte noch relativ easy sein. Ich habe mich gefühlt, wie als ob ich gerade gegen den brutalen Gegner kämpfe. Obwohl, vielleicht war es auch ein bisschen Dummheit. Die Hobbit vorne zu lassen gegen den Nazgul. Der Nazgul macht die sehr flott tot. Ja, da muss ich zugeben, das war nicht der beste Move von mir. Aber für die erste Mission, puh. Eine der ersten zwei Missionen. Die erste war auch schon brutal. Also Taktikfehler. Aber die ist ja noch unangenehmer gewesen, Jungs. Wie ist mein Taktik-Skill gewesen? Taktik-Skill 1,10 und Strategische Skill 38,41. Oh, nee, du musst nicht. Geht besser. Als nächstes kommt Worlds of Breen. Ich wette, wir müssen dann Bruchteil verteidigen. Das könnte sehr interessant werden. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich will die jetzt nicht zu lang und nicht zu kurz machen. Und ich finde, es ist der beste Punkt, wo es zur nächsten Mission geht. Vor allem nach so einer Sache. Jetzt kann ich mir Breen reinwaschen. Tu die Folgen schneiden. Mach sie euch für die nächste Woche fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.